oh, Diamanten. oh titanon 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 Ne ernsthaft?! wie viel? ja ich komme sofort Moin moin meine lieben gullisches und willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft titan 2 heute mal zusammen mit dem umstocki hallo ich heute auch mal wieder dabei ja das ist so krass ja wir gehen jetzt auf den server in 3 2 1 go und heute haben wir sogar etwas geplant ja oh gott jetzt habe ich mich selber erschreckt ohne witz kommt der sound dass das du gejoint bist kommt der sound dass ich gejoint bin nice so ich bin an der oberfläche und oh mein gott ich habe gerade keine ahnung wo ich bin ehrlich und ich bin gleich da ich bin gleich da ja ich schaff das ich schaff das bevor ich luftblasen verliere ich bin da ja das gleich die hasen klatschen ja unbedingt brauchen wir die tiere ja wir wollen ja erstmal essen damit meine zwei leben auch wieder füllen und so weiter und so fort und wir haben einen plan aufgestellt und zwar möchten wir jemanden snipen wer das jetzt ist sagen wir natürlich noch nicht und wir wissen auch noch nicht ob wir das so gescheit hinkriegen und alles wie wir das wollen wir haben es natürlich wir haben ja gesagt wir wollen jetzt ein bisschen offensiv spielen halt und eventuell die eine oder andere person snipen und genau das probieren wir doch auch scheiße habe ich den nähterwarzen weggeworfen moment was brauche ich denn dann erschaffe ich jetzt die kuh und dann können wir die auch töten ja dann mach mal und warte ich habe mir jetzt eben ein feuerzeug gecraftet ok jetzt jeder ganz brauche ich denn nicht jetzt ich sehe da ganz viele kiel ja vor feuerzeug wäre eh nicht schlecht so im allgemeinen auch ich guck mal ich habe kein eisen oder habe ich noch nicht aber auch im self inventory kann also auch fresh so ich nehme mal kurz das hier runter so das weg brauche ich nicht an das sieht brauche ich auch nicht gut nice drei gebratener fleisch so du bist der leitführer meiner meinung nach weil du musst zum sparen und ich habe keine ahnung wo es zum sparen geht das ist gerade so ein bisschen das problem da vorne ist noch die kuh die möchte ich jetzt noch holen ja wenn wir halt dieses ding da finden würden wo dieser bienenstock oder was auch immer das war wenn wir das halt finden würden das wäre halt extrem gut ja ich kann by the way nicht mehr sprinten das heißt wenn du irgendwie gerade gut gekochtes essen hättest oder so dann kannst du mir das mal geben oder ja irgendwie sowas natürlich so wo bist du denn hier oben ja ja ich gebe dir das mal hallo 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 ja moin ich hoffe jetzt nicht die sind uns nachgedäunt wir sind jetzt aber eine oberfläche das heißt aufpassen sie können überall sein wir wissen ja nicht wo die sind und hallo irgendwie fängt bei mir langsam die aufregung an ich weiß nicht wieso aber keine ahnung wenn wir es auf der oberfläche spazieren ist es schon echt ein bisschen finden sonst können wir nicht 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 warte noch warte ich zu uns an also hast du schon Gott nein nein pass auf warte 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 ich habe ein wasser eimer hier ich bin jetzt aber hier unten ins Wasser gesprungen aber das Fleisch ist irgendwie weg wo ist das Fleisch hin das ist wahrscheinlich in die Lava gefallen ne ne es ist im Wasser ich habe einen ich bin aber unfähig mit diesem Lavaeimer ich schaffe das irgendwie nicht weil der immer ein bisschen rumlackt okay aber wait wir müssen jetzt irgendwie man wir müssten mal auf so eine aussitzplattform oder so weil Zuckerrohr 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 oh das ist mega gut es ist zwar nur zwei aber immerhin Zuckerrohr ja so komm gib mir den Cheech aber ich kann es nicht nehmen nimmst du es warte ja ich schmeiß ne Seelensamt brauchen wir auch noch äh boah so viel im Backpack wäre echt gut ich glaube ich könnte mir sogar schon einen craften ja aber komm jetzt mal komm wir müssen erstmal irgendwie ein bisschen was finden weil wir sind ja ein bisschen unter Zeitdruck wenn wir snipen wollen das ist halt das Problem und die Frage ist halt ob wir jetzt den Spawn finden weil wenn nicht dann da hinten ist noch mehr Zuckerrohr also Zuckerrohr haben wir auf jeden Fall mal das ist schon mal nice ja ich habe halt irgendwie das Gefühl dass wir in eine falsche Richtung laufen ich weiß auch nicht ich habe halt keine Ahnung wo es hingeht ich habe halt echt keine Ahnung man könnte sich ja hochstecken ne ob das jetzt aber dann so eine schlaue Idee ist ja aber wenn die anderen beiden jetzt mit dem Bogen kommen oder du sonst irgendwie runterfällst dann what the fuck ja lass mal hier lang gehen ich glaube da vorne das sieht sehr gut aus der der Berg ja weil ich weiß hier ist ein Schnee B.O. Nein nein das ist der Spawn glaube ich das ist glaube ich der das ist der Spawn der Berg der ist glaube ich das ist glaube ich der Spawn wenn mich nicht alles täuscht oder nicht ne äh schade scheiße wahn ich dachte jetzt schon das wäre zu episch gewesen ja das wäre echt zu episch gewesen ja dass auf jeden Fall Schnee komm wir müssen das irgendwie finden oh god oh god oh god oh god oh god so ich habe dich nicht verloren nein habe ich nicht hoffentlich hier ist Schnee Bist du hinter mir? wo bist du? äh ich bin bis jetzt da Richtung den Berg gelaufen? ja ich bin einfach auf den Berg also ich bin da auf einem Berg ah ok ja gut dann weil ich bin hier auch auf einem berg ja ich sehe dich also hi hallo ich fühle mich irgendwie gerade wie bei heidi da gab es ja auch so viele berge oh mein gott ok ja wir müssen halt dann sonst jetzt dann trotzdem mal essen kochen weil ich brauche schon wieder essen ja und ich weiß nicht ich habe halt echt keine ahnung aber hier ist auf jeden fall so ein schnee da ist der darkwood da werden wir auf jeden fall pilze finden das können wir auch mal ein bisschen holen gehen ok weiß nicht der darkwood weiß dass ein team im darkwood ist ich glaube dass es pete und jay ich habe das heute in der folge gesehen dass irgendwer sich hier rum treibt ok in diesem darkwood und wenn mich nicht alles täuscht ja also nagell mich nicht darauf fest aber ich behaupte dass da pete und jay in diesem wald hier drin sind ja aber es sind die beiden hier alterbeule und so waren die nicht hier drin ich weiß nicht wo die sind ich habe mir keine folge weder von aldi noch von koly angeschaut aber ich glaube schon es ist ja egal weil die beiden die wurden ja auch inventar clear weil irgendeiner von denen scheiße gebaut hat ich glaube aldi hat irgendwie scheiße gebaut da wurde auch das inventar geklärt und die koordinaten offen gelegt also ich glaube die sind echt nicht so das riesenproblem ehrlich gesagt ja ich glaube auch so man sollte zwar nie die gegner unterschätzen aber ich bin einfach beim wald klar aus weiter gerannt ja super so warte ich stecke mich mal wieder hoch damit ich wieder auf den bäumen drauf bin ups so also überhaupt nicht weit weg so siehst du mich also ich habe keine ahnung wo du bist warte ich komm ich komm noch mal zurück und ich muss halt jetzt da siehst du mich siehst du meinen namen ich sehe dich hier oben ich bin gerade im inventory warte zack und mag grad ein paar pilzuppen die ich fressen kann da das loch hier unten hö 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 oh gott warte hier komm runter da meine pilze man ich habe so ein volles inventar das ist echt schlimm ich auch ja komm mit da vorne ist da nämlich genug schafe gewesen ich habe schon ein paar abgeschlachten so wait ja gut ja ich weiß nicht ich finde den spawn jetzt nicht ehrlich gesagt ich habe keine ahnung wo der ist Haben wir da keine Koordinaten von? Äh, ich glaube nicht Weil ich glaube, man darf die auch Wenn's sein muss, rauspiepen Wenn wir bestimmte Koordinaten haben Wo wir Leute snipen wollen Das kann schon sein Also ich hab die Koordinaten Ich weiß nur eine Koordinate und die letzte Und da sind wir völlig falsch, da müssen wir in diese Richtung gehen Aber dann ist immer noch die Frage, ob wir dann richtig sind im Endeffekt Aber das ist die letzte Koordinate Ist die ganz unten Ganz hinten Die ist ja bei minus 194 war die in der Folge von denen Die hab ich ja nachgeguckt Okay Ähm, das heißt wir müssen halt in diese Richtung gehen Die Frage ist halt einfach Ob wir jetzt vollkommen falsch sind Weil die Map ist hier groß, also kein Plan Okay Ich dachte einfach unterwegs noch ein bisschen in die Schafe Ja, ich auch Du läufst mir schon nach, oder? Ja, ja, ich lauf dir nach, so während du das jetzt gewesen bist Doch, doch, das Ich bin hier wo, ja, ja, da vorne Oh, da ist IT Okay, hupsale Hups, hups, hups Warst du auch nicht, tu So Eins, zwei, zwei Oh Mann, das sind so viele Schafe Irgendwie müssen wir die hier schlachten Sogar nur wegen dem Essen Ja Es wäre so Verschwendung, wenn wir das jetzt nicht machen würden Jetzt, wo wir können Stößte? Ja Ja, ich schlachte schon die ganze Zeit Welche ab? Fünf und acht braucht man Das heißt, ich hätte jetzt gleich ein Backpack So, du stirbst erst mal Äh, ich hab auf jeden Fall schon mal zwölf Wolle Wo bist denn du? Äh, ich bin hier und hab hier ne Siehst du mich? Hier Äh, glaub nicht Nein, warte, andere Richtung Hier bin ich Ja, mach mal die Werkbank hin Ja Ja So Ähm, fuck, kein Holz Achso, was braucht man dafür nochmal? Ein Holz in der Mitte? Ja, Moment Natürlich hab ich was für dich Ja, bitteschön Aber da ist Äh, ich werb dir mal das Zuckerrohr hin Du hast ja eh schon Zuckerrohr Zuckerrohr, Zuckerrohr So, zack, Backpack Backpack So, ich mach hier mal einfach so Steine und Kacke rein Ich auch Leder und so ein Treib So, gut, dann haben wir mal wieder ein bisschen Äh, den Scheiß hier aufgeräumt So Dann kann ich mal hier ein paar Pilzzuppen wieder machen So, und im Backpack, liebe Leute Fuck, ich hab keine braune Pilze, ne Kann man nämlich auch ein Safe Inventory machen Gut Oh, jetzt wird's dunkel Ah, shit Ja, wir laufen jetzt einfach in diese Richtung, würd ich sagen Na? Okay Ja, ich lauf dir einfach mal nach Äh, ich nehm jetzt halt ein bisschen Rohstfleisch Ich upf mich jetzt nicht Ja, ich auch Ja, es sind so viele So viele Mops hier Eigentlich sollen wir da schon raten Es wär schlauer Aber hey, wir sind dumm Also lasst uns Es gibt keinen mobilen Ofen, leider Hups Das wär cool Das wär sau cool Ja, das wär sau cool Hier, Projektvorschlag Neuerung Mobile Ofen Los jetzt Alles gibt's heutzutage schon mobil Nur keine Ofen nicht Genau Es gibt Handys Es gibt Autos Was? Aber es gibt keinen Liefer Service von McDonalds Oh, das ist tragisch Lol, hier sind die ganzen Blumen Sind also so da Lol Okay Was the fuck Dann gehen wir in die richtige Richtung Ja, hier ist ein Zumpf Ja, wir sind schon Diese eine Koordinate verfolge ich jetzt halt einfach Das ist alles, was ich jetzt machen kann Okay Sonst sind wir irgendwo Nirgendwo Weil ich glaub, dass wir einfach Ähm Wenn der Spawn jetzt 0-0-0 ist Wenn wir davon ausgehen Dann müssten wir eigentlich genauso rennen Und würden zum Spawn kommen Wenn wir so werden, wie ich jetzt das gerade mache Okay Verstehst du? Aber Fact ist, wir brauchen halt doch Essen Und ich werde in 5 Minuten gekickt Ich glaube Ich glaube Wir schärfen das nicht Vielleicht nehmen die ja heute nichts auf Dann würden wir es trotzdem noch schaffen oder so Ja Kein Plan, aber lass mal kurz ein Ofenei aufstellen Äh, Ofen, 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 Moment Äh, jetzt hab ich kein Holz mehr für die Bergbank Geilo So Aber im Moment einen Eisenofen kann ich aufstellen Ja, ich glaub der kocht eh schneller Ja Können wir mal das ganze Schafsfleisch hier reinwerfen ey Ähm Und Fuck it Ja, Holz bräuchten wir zum Einheizen Ich hab nämlich keine Kohle mitgenommen Ich hab, ich hab, ich hab Kohle Superschlar So Die Blumenräuche nicht Kann ich mal hier wegwerfen Dann machen wir uns noch Ja, ich mach jetzt einfach noch 2 Öl Und dann gehts ein bisschen schneller Ach fuck it Das läuft grad irgendwie gar nicht so Nee, gar nicht noch Unser Bläden Achtung, hinter dir ist ein Zombie Alter Ich dachte jetzt schon, hinter dir ist IT Ach, nein Das würde ich doch nicht so formulieren Dann würde ich sagen, du ist tot Haha Alles klar Seid ihr so Ich weck dir mal wo sie sind Ich weck dir mal wo sie sind Ich möchte die gerne töten man Ich will töten Kacke spawnen Aber na Ich glaub einfach wir hätten in die andere Richtung gehen sollen Eher da wo der äh Berg voller Schnee war Ich glaub das wär die richtige Richtung gewesen Der Effekt ist äh Die Koordinaten 0 0 sind in diese Richtung Das heißt wenns bei 0 0 ist dann müssten wir hier lang Aber ich weiß nicht ob er bei 0 0 ist Haben die uns nicht wirklich gesagt Ja Das ist halt echt doof Das ist das Problem Ich mein Essen haben wir jetzt dann Aber wir haben ja nicht mal einen richtigen Dungeon gefunden Ja sonst lass mal noch den Enchanter machen Äh da haben wir ja dafür das Obsidian verschwendet Also 4 Stück hab ich und 5 brauch ich Ach du du hast das nicht wie Eben die 2 Dias Äh ich hab keine Dias mehr oder? Hä? Ich hab keine Dias mehr oder? Achso stimmt Ich glaub ich hab die im Backpack Oder im Selfinventory Du musst die haben oder ich hab die nicht mehr Ich hab die nicht mehr Alter Schwede Ich hab mir jetzt selber Panik gemacht hätte ich gesagt Ich mach mir jetzt keine so Jags ey Holy Crap Das wärs jetzt so ups Wir haben keine Dias mehr Fuck it Hupsele So zack Das Buch Die 2 Dias Halleluja So Ja Fesch Hast du Lapis? Äh Ja müsste ich auch haben Äh Ja ich hab Ich hab Ich hab äh 21 Lapis Ja gib mir mal sonst die Hälfte Oder dann könnt ihr auch mal ein bisschen enchanten Bitte röhn Kann ich mal hier Sharpness 1 Ich verzaube mal meine Prost hier auf Sharpness 1 Sonst die Chestplate Kann man ja alles immer noch so zusammen Thorns 1 Schärfe Nice Wow Protection 2 Und dann Breaking 2 Holy Crap Protection Das ist sehr gut 2 Alter Nice Moment mal Ich muss mal ganz kurz jetzt überlegen Zitrin Ähm Dann schmelze ich jetzt hier noch ein Eisen Weil dann könnten wir Dann könnten wir Dann könnten wir vielleicht sogar Ähm Noch ein Zitrinenschwertschärfe 2 In dieser Folge machen Das wäre natürlich nice So also ich habe jetzt alles auf Protection Hier die Rüstung Und Holy Crap Äh das ist auf jeden Fall alles perfekt Ähm Sonst also ich nehme an Wir ziehen jetzt halt So nach dem Motto Okay du hast jetzt bei mir ein bisschen gelaggt Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden Ob du noch weiter ziehen willst Alter Schutz 2 habe ich jetzt auf meiner Hose Äh Ja Pfff Im Endeffekt Also ich möchte sowieso zum Spawn Das heißt wir könnten jetzt eigentlich Äh diese Folge hier Ähm Noch gerade Essen fertig kochen und alles Und dann ähm In die Gruppe fragen Wo der Spawn ist Die Spawn Koordinate Und dann halt Richtung Spawn laufen Ja Das Problem ist halt Wenn wir nach dem Spawn fragen Kann das sein Dass dann dort irgendwer sich denkt So hiiii Team So hiii Ich bin da Lass mal ein bisschen kämpfen Hi Team Alles klar bei euch Kann natürlich sein Aber ich finde Das Risiko wäre es jetzt ehrlich gesagt sogar wert Ja Frage einfach mal wo der Spawn ist Weil ich werde in einer Minute gekickt Ich auch Und bin dann weg Und äh So also ich habe jetzt glaube ich alles auf Schutz Äh ja Perfekt Komplette Schutzrüstung Und wenn wir dann äh Theoretisch irgendwann mal einen Amboss hätten Dann könnte ich auch äh Zitrienschwert Stufe 2 Ich hätte noch 36 Eisen Also von dem her Ich habe auch noch genug Eisen Aber das Problem ist Wir können uns halt hier jetzt nicht so ausloggen Einfach Ja Doch eigentlich schon Weil ich werde eh bald gekickt Also Tea Time Ich habe noch irgendwie Ja 30 Sekunden halt Hm Aber ich denke das macht auch nichts Wenn wir uns hier ausloggen Was wollen die tun Das ist Sie wissen es ja eh nicht Wenn die die Folgen schauen Dann denken die wir sind noch in der Höhle Wenn wir die Öfen wegnehmen Weiß da eh niemand irgendwas Okay Ja gut Hast recht Das musst du auch noch wegnehmen Ja also das heißt Du möchtest jetzt ähm In der nächsten Folge zum Spawn gehen Ja ich würde sagen Nächsten Folge Auf auf Zum Spawn Und Gut Dann töten wir die Dann töten wir alle Alle töten wir sie Gut So Oh Gott So laut Es ist so laut Es ist so laut einfach Ja gut Freunde Ich würde behaupten Das war's schon wieder von dieser Folge Es ist immer so wenig Zeit man Ja Es vergeht so schnell Diese 15 Minuten Unglaublich Und ja Wir würden sagen Freunde Wir sehen uns in dem Fall beim nächsten Mal wieder Alright Bis dann Und tschüss Tschüss Tschüss